Jesus ist nun wirklich da, auf besondere Weise. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Wir denken an das Abendmahl, an die Jünger in dem Saal. Jesus teilte Brot und Wein, so werde ich immer bei euch sein. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Erinnerst du dich an Jesu Tod, an sein Leid, die Qual, die Not? Freu dich an Jesu Tod, freu dich und sing Halleluja. Christ ist erstanden, wirklich und wahr. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Nicht alles können die Augen sehen, unser kleiner Verstand verstehen. Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!